Hier auf der Damm von Marek und Laune benutzen Sie die Pausenmusik, deswegen wird die Band gebucht. Hier, blauen Nachmittag. Spaß und Hits in Siddowitz. Und diese Ansage wurde gesprotzt von Blumenhändler. Gottliebe. An der Kamera, Gitarre, Gesang, der absolute, der serbische Kugelblitz aus Brotsberg, Sascha. Und wie ihr seht, er hat Tanz wieder einstudiert. Ich wollte mich mit der Kamera kurz umschauen. Er hätte gesagt, er ist nicht mehr da. Er sieht sich um und er kann jetzt sehen, was hier passiert ist. Wir sind live drauf. Hallo, hier sind wir. Die heißeste Musik in dieser Stadt. Kommen Sie her, hier nach Wismar. Oh. Oh. Oh.